willkommen zurück zu warcraft 3 die kampagne was haben wir bisher erlebt wir sind nach andoral gegangen und haben uns keltusat dem anführer des kult der verdammten entledigt jedoch haben wir nicht zwingend etwas gutes verbracht er war hat uns nämlich noch mal er hat uns nämlich erzählt dass sein tod auf lange sicht gar nichts ändert und dass sich in straffholm sein meister befindet wir sind jetzt auf dem weg nach straffholm und lasst uns jetzt weitergehen der marsch der geißel früh am nächsten morgen artas und jana nähern sich der stadt haas glän endlich ich könnte etwas ruhe vertragen offenbar rüsten sie sich dafür eine schlacht prinz artas in der nacht taucht eine riesige armee und toter krieger auf und greffalos darf an nun ist sie auf dem weg hierher verdammt jana ich bleibe hier und schütze das dorf sputet euch und berichtet lord uta schnellstens was geschehen ist aber geht jana jede sekunde zählt wartet was befand sich in den kisten nur eine lieferung getreide aus anderhal keine sorge mir laut es wurde bereits unter den dorfbewohnern verteilt oh nein die seuche sollte mein volk nicht etwa töten sollte es in untote verwandeln verteidigt euch okay ich gebe zu diese karte wird schwierig diese karte wird richtig schön schwierig ich fange jetzt schon an mit dem ausbilden das licht ist meine stärke das wird alles andere als schön das wird alles andere als schick weil jetzt darf ich überleben 30 minuten und wie ihr euch vorstellen könnt die untoten werden nicht gerade freundlich sein ich bin euer schütze sagt das zauberwort bereit zur arbeit habt ihr ein ziel ich stehe für das licht das wird alles andere als nett geraden und entsichert so ist noch nicht voll zu fuhren und zurück jetzt auch die reihe ob jetzt tun weil die brauche ich unbefrieden denn weil ohne türen kann ich die gesamte karte vergessen es ist mehr gold erforderlich was man kann ich jetzt eigentlich nicht ausbilden ne 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 die streitmachter und Toten ist da weicht nicht zurück wir sind die auserwählten des Lichts wir dürfen nicht fallen scheiße sind ja 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 na gut das ist nicht dass meine Stadt wäre oh scheiße ja mein Gott arbeit wir arbeiten ähm gut du brauchst jetzt hier noch ein paar Türme wohl das gar nicht so 1 2 ok dann bau ihn ja ja das ist nicht so ja das ist mehr gold erforderlich so shoot du brauchst hier jetzt noch etwas und du brauchst hier jetzt noch etwas und du brauchst hier noch etwas shit ok gut dann abgeschlossen ja ich bringe gold verdächtlich mehr gold hm die türen bringen auf lange Sicht mehr da ich für sie nämlich kein Futter verbrauche aber während die ganzen krieger wenn die sterben habe ich nicht nur gold verschwendet sondern auch für die Zeit für Futter siehst du der Stimme zu oder seht ihr meine Güte so ähm jetzt habe ich auch einen neuen Hof das ist erstens soweit gut ich brauche mich bei mir holz ach das wird alles anders freundlich ach ich glaube da bin ich gerade ruhig ankommen ne das war ja praktische Tresche ach da bin ich nächstes ok ich bin zu das noch nicht zu viel ok ja noch läuft es gut mehr Arbeit bin mir aber nicht so sicher ob das bleibt mhm mhm ja mein Arbeit ist verbracht hier geht einmal mehr Arbeit ja mein Gott es ist mehr Holz erfordert es ist mehr Holz erfordert ausdauert abgeschlossen hab ich jetzt noch Holz erfordert ja mein Gott ich weiß nicht wie es hiermit aussieht das Licht ist meine Sterne ich zeige doch hier ab gut Türen hier was Arbeit ist verbracht es ist mehr Holz erfordert richtig ja mein Gott ich habe nicht mehr Gebäude gebraucht ich habe nicht mehr Gebäude gebraucht was ist es ist mehr Gold erfordert dann sind wir mehr Gold auch Holz ist auch noch erfordert na gut ich stehe für das Licht ein solider Plan Ausbau abgeschlossen mhm ja mein Freund unverzüglich mhm das ist alles sehr sehr lustig so viel Holz brauchst du es ist mehr Gold erfordert du brauchst du du brauchst mich jetzt eine Werkstatt da hab ich schon mal die Grundgebäude soweit ahhh es wird so schlimm oh man oh man ich habe diese Karte nur ein einziges Mal geschafft und das auf Glück ich hasse diese Karte ah ok du bist fertig dann kannst du weiter Türchen bauen Türchen ah frick oh shit ich stehe für das nicht natürlich einfach wieder Plan zum natürlich gut ja was braucht ihr ist gut mhm Prinz Arthas wir haben eine Karawane Untoter mit einer großen Ladung verseuchten Getreides gesehen diese Karawane muss aufgehalten werden ehe sie die äußeren Dörfer erreicht ich bin mir nicht sicher ob ich das hinkriege ich stehe für das Licht ich bin mir nicht sicher ob ich das hinkriege mhm ausbaut ja für die Ehre Befehle ähm das habe ich jetzt ein bisschen Gold dazubekommen ich baue also ein paar Priesterchen ich versuche was das wenn es das Gold noch gut geht nein da passt gerade nix also kannst du mir hier bei den Türchen helfen ähm ich komme um dieses Land zu oben mirarbeit ich gehe dann mal mhm so tun es sich euch an ich komme um dieses Land zu pügen ist die Mahle ich bin euer Diener aber meine Sperag umverzüglich so einen braucht ich noch ich rief die Affen eigentlich noch auf jeden Fall ein paar oh Gott da kommt er schon wieder Ich stehe für das Licht! Für meinen Vater, den Kürtel! Ist etwas gut. Ich habe das Ein-Türmische gebaut, dann brauche ich hier die Scheine da oben. Ich stehe für das Licht. Wie ist meine Hilfe von Nüten? Gut, du läufst jetzt von da hin und her. Ihr werdet noch so hin und her. Ist gut, gut, gut. Wohin mehr Gold! Wohin mehr Gold! Das Licht ist meine Stärke. Ja, mein Loll! Ich nicht! Fehler? Voran unterwegs! Ein Wanderdarmus! Prenz Arcas! Die Karawane hat das zweite Dorf versorgt! Arbeit ist bei der Kürtel! Was brauchen wir? Was ist? Gut. Ich bin euer Schütze! Wir haben... Was ist? Ja, mein Loll! Was? Richtig! Sehr gut! Ähm... Ich stehe für das Licht! Ausbau ist abgeschlossen! Befehle? Wo ist mein Schütze? Was braucht ihr? Zeit zu gehen! Besteht etwa Gefahr? Ja, mein letzter! Ja, mein Freund! Wie ist meine Hilfe von Nüten? Was fiegt euch an? Wie ihr gewünscht? Okay, okay. Ausbau abgeschlossen! Was ist denn da oben? 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 Was ist das? Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Von dir, du gehst diesmal aber da unten hin, weil ich denen da unten nicht traue. Warte. Oh, verdammt, ich hätte auch gestehen werden müssen. Nein, ich habe die Karte versaut. Hm. 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 Ich glaube, ich schaffe es nicht, die Läufer zu retten, weil... Ja, für die Ere. Das wird richtig schön unschön. Ähm, gut, dann brauche ich jetzt noch mehr Türchen. Ähm... Das ist schmick. Das heißt, dadurch wird es schwieriger. Oh je. Oh je, oh je. Habe ich noch irgendwelche... Da riecht mehr Höfe. Ja, mein Lord, ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Hm, oh man. Das Licht ist meine Stärke. Das ist ja da jetzt lustig. Oh man. Ich muss diese Folge wahrscheinlich Millionen Mal schneiden. Arbeite, Stuttgart. Unser Stattverlager ist hoch. Das besteht aber Gefahr. Wie wäre der Kerl? Das ist einfach, als ich es in Änderung hatte, aber das kann sich noch ändern. Das kann sich innerhalb von einer Sekunde ändern. Ausbau abgeschlossen. Mörder, Krampf! Wo wollt ihr treiben? Ganz schon kurz, sind unterwegs. Hat das Hilfe. Ja, der Kerl. Ja, der Kerl. Halt dich mit, wenn du da hinten bist, ja? Ein solider Plan. Was ist? Schwierig. Wir arbeiten? Hm. Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Ja, mein Lord. Gut, 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 gut. Wieso habe ich das hier noch gar nicht angegriffen? Aber es sollte glücklich sein. Hm. Prinz Arthas, wir konnten die Karawane nicht aufhalten. Sie hat auch die letzte Stadt in eine Bastion der Untoten verwandelt. Das ist ein Albtraum. Hm. Äh. Ich hätte eventuell noch verteidigen müssen. Dann wahrscheinlich kommen die jetzt erst von hier. Nö, ich mache es hier falsch. Ich gehe dann mal. Okay, wir greifen das nächste Mal von hier unten. Da sind hier gerade so umgelaufen. Ja, elender Kerl. Jetzt wird gerichtet. Für meinen Zaun. Für die Ehren. Oh mein Shit. Ich habe einen Mann verloren. Ich stehe für das Licht. Ähm. Weil ich nicht aufpassen. Okay. Ich stehe für das Licht. Ja, mein Lord. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Oh. Ein solider Plan. Natürlich. Was ist? Mehr Arbeit? Na gut. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Was ist? Arbeit ist von da. Sehr gut. Mehr nicht. Ja, mein Lord. Das wird so unschön. Das wird alles so unschön. Fatsch. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Oh, was war Glück? Er ist sich da hinten verfangen. Eine Verbeugung ist nicht möglich. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Es ist mehr Gold erforderlich. Oh. Das war aber knapp. Was ist? Ich gehe dann mal. Sehr gut. Okay, das ist das Dachte. Was? Ich gehe dann mal. Ich gehe dann mal. Äh, komm schon. Ein bisschen noch. Ein bisschen noch. Ein bisschen noch. Wir arbeiten. Ja, angeschlossen. Oh. Unser Stadtverlager ist meine Stärke. Ein solider Euro. Ich stehe, bin ausgeschlossen. Natürlich. Für meinen Vater, den König. Ja. Ein solider Plan. Ja. Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Ich stehe für das Licht. Ausbau abgeschlossen. Was ist? Der ist nicht klar. Ich stehe für das Licht. Verfinde ich noch. Das wird lustig. Ja. Weiß ihr? Besteht etwa Gefahr? Natürlich. Das sind immer dieser sicheren Zentimeter, den wir nicht laufen können. Ja. Ein solider Plan. Okay, okay. Weiß sind wir durch? Weiß sind wir durch. Ähm. Natürlich. Es tut mir leid, wenn diese Folge ein bisschen sprachlos wird, aber ich muss mich echt konzentrieren hier. Das wird alles ein bisschen sehr schwierig. Ähm. Oder ist alles ein bisschen sehr kompliziert und ich habe Angst. Für die hier. Jetzt gibt es keine Hütte mehr. Also wieder Plan. Ich schlug meinen Zorn. Für meinen Vater, den König. Wo ist ein Arbeiter? Ja, mein Lord. Du hast das repariert. Können wir nicht um den Turm hier. Ja. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. Und ich habe auch genug Volt, um noch eins zu bauen. und Fassadaten. Und wo ich um einen Blick möchte ich noch für den. Ich stehe für das Licht. Okay, das ist alles ein bisschen sehr doof. Aber wir schaffen es. Wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Können wir es schaffen? Ich hoffe doch. Na komm schon. Na komm schon. Wer fertig? Ist gut wie fertig. Uff. 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 Gleich kommt das Große. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Jetzt kommt das Große Finale, Leute. Ich konnte leider die Sidequests nicht machen. Ich habe mich nicht getraut, meine Base zu verlassen. Ich hatte Angst, dass ich sie alle zum Sterben zurücklasse. Und darauf hatte ich keine wirkliche Lust. Und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Und das jetzt geht's ab. Oh weia. Oh weia. Angriff. Okay, das war nur einer. Das war pathetic. Oh. Jetzt geht's aber weg. Es ist unmöglich. Ihre Zahl scheint endlos zu sein. Ja, natürlich. Das Licht ist meine Stärke. Zurück, zurück, zurück zu den Türmen. Dann habt ihr bessere Chancen. Oh weia. Oh heilige. F***. Ist da ein Licht? Mein Vater, den König. Elender Kerl. Ein Wunsch des Klars. Für meinen Vater, den König. Oh f***. Oh zum Glück. Ob er einfach mal alle Türme zerstört hat. Oh weia. Oh weia. Hm. Licht. Gib mir Kraft. Für Lorderung. Für den König. Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge. Wäre ich nicht gerade jetzt gekommen... Ich habe getan, was ich konnte, Uta. Hätte ich eine Legion Ritter hinter mir gehabt, so hätte ich... Es gibt keinen Grund vor Stolz zu platzen. Dies hier war erst der Anfang. Jedes Mal, wenn einer unserer Krieger im Kampf fällt, wächst die Zahl der Untoten. Dann sollten wir ihren Anführer ausschalten. Wenn es sein muss, gehe ich selbst nach Stratholm und töte Mal Ghanis. Ruhig, Freund. So tapfer ihr seid. Ihr könnt es nicht allein mit einem Mann aufnehmen, der über die Toten herrscht. Es steht euch frei, mich zu begleiten, Uta. Ich gehe. Mit oder ohne euch. Und jetzt wird es lustig. Gut, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ich hoffe, ich war nicht zu langweilig, diese Episode. Weil das war echt... Eine Menge zum im Kopf durchgehen. Also, tut mir leid, wenn es ein bisschen doof für euch war. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Okay, und wie ihr seht, jetzt geht es ab nach Stratholm. Und diese Karte wird noch ein bisschen schwieriger. Weil da darf ich nicht nur verteidigen, ich darf auch noch angreifen. Ha, okay. Es wird lustig. Jedenfalls, ich habe alle von euch sehr doll lieb. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, li... Nochmal. Liked das Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann subscribt. Bitte, das würde uns sehr gefallen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Cheerio!